Guten Tag zusammen und herzlich willkommen zurück in der Makrowelt. Heute ist der 28. Mai 2023 und wir springen wieder zurück an die Frontlinie zwischen der Russischen Föderation und der Ukraine. Und wir starten zum Wochenabschluss wieder im Süden an der Dnipro-Frontlinie. An diesem Frontabschnitt bleibt es heute ungewöhnlich ruhig. Es werden so gut wie keine Artillerieangriffe registriert. Lediglich in der Nähe des Dnipro-Deltas sind beide Seiten aktiv und es kommt zu Artilleriebeschuss. Ein russischer Militärblogger behauptet, die ukrainische Streitkraft hat in der vergangenen Nacht versucht, auf der Insel Kruglik vorzurücken. Das ist hier diese Insel. Seinen Aussagen zufolge gelang es der ukrainischen Seite nicht. Die ukrainische Streitkraft ist aktuell hier in diesen Dachas aktiv. Die anderen Abschnitte verbleiben in der Grauen Zone. Die russische Seite kontrolliert vollständig den Bereich südlich des Konka-Flusses. Gestern spätabends beschoss die ukrainische Streitkraft die Region Oleschki. Vor allem der Abschnitt nordwestlich der Stadt wurde beschossen. Das betrifft also hier gerade den Abschnitt in der Nähe des Konka-Flusses. Die russische Seite hat erneut die Dachas gegenüber von Cherson angegriffen. Auch in der Region der Antonowbrücke gab es wohl Explosionen. Vermutlich wurde also hier dieser Bereich erneut von der russischen Streitkraft beschossen. Soviel dann zu den Geschehnissen in der Region Cherson. Weiter geht es in Richtung der Region Saporizia. Auch hier bleibt es heute verhältnismäßig ruhig. Wir sehen, dass die russische Streitkraft die Stadt Nikopol beschossen hat, hier gegenüber des Dnipro-Flusses. Die Stadt wurde heute Nacht zweimal beschossen. Die ukrainische Streitkraft beschießt erneut die Stadt Togmak und auch die Region Bolochi wird erneut angegriffen. Insgesamt bleibt es in der Nähe der Frontlinie heute weitestgehend ruhig. Hin und wieder kommt es zu Artillerieduellen, aber die Intensität bleibt heute wie gesagt deutlich niedriger. Weiter geht es in Richtung der Region Donetsk. Hier spielt sich in den vergangenen 24 Stunden weiter das Hauptschauspiel ab. Die russische Seite ist sehr aktiv, was die Region Vylyka, Novosilka und Vuchledar betrifft. Es werden die Siedlungen Vuchledar, Pratschistivka, Zolotanewa, Nowoukrainka, Schachtyarska und Vylyka, Novosilka beschossen. Die ukrainische Streitkraft beschießt Siedlungen auf der anderen Seite mit eher geringerer Intensität. Es wurde ein Video veröffentlicht, welches zeigt, wie die ukrainische Streitkraft russische Positionen in den Dachas von Mikilski beschießt. Das war dieser Abschnitt. Hier also nochmal die Bestätigung, dass die russische Seite weiter nördlich des Kaschla-Hatschlusses in den Regionen der Dachas aktiv ist. In der Region Marienka kommt es wie auch jeden Tag weiter zu Angriffen der russischen Streitkraft. Auch heute werden keine wesentlichen Veränderungen registriert. Zudem ist die Artillerie an diesem Abschnitt auf beiden Seiten ziemlich aktiv im Einsatz. Damit geht es weiter in Richtung Pervomaiske. Zwischen Wojene und Pervomaiske, also in diesem Abschnitt, waren wieder russische Sturmgruppen aktiv. Die ukrainische Seite gibt einen Erfolg der russischen Seite zu. Allerdings betrifft das nur eine Stellung. Für diesen kleinen Erfolg musste die russische Seite laut ukrainischen Aussagen wieder größere Verluste hinnehmen. Vor allem die personellen Verluste werden hervorgehoben. Heute Nachmittag tauchte die Information auf, dass die russische Luftwaffe wieder an diesem Abschnitt im Einsatz war. Es werden in jedem Fall weitere Angriffsversuche erwartet. Gerade nach der Zerstörung des Karlovski-Staudamms ist zu erwarten, dass Pervomaiske eine der Hauptangriffsrichtungen in den kommenden Tagen und in der kommenden Woche bleiben wird. Im Laufe des heutigen Tages wurde die Stadt Kadivka von der ukrainischen Streitkraft beschossen. Die Stadt liegt etwa 50 bis 60 Kilometer östlich von Bachmut hier zu sehen. Bewohner vor Ort melden mehrere Explosionen und es deutet darauf hin, dass die ukrainische Streitkraft mit mehreren Raketen die Stadt angegriffen hat. Das ist nicht das erste Mal, dass die Stadt getroffen wird. Die letzten Male berichtete die russische Verwaltung von HIMARS-Raketen und auch heute werden Angriffe mit solchen Raketen vermutet. Was das Angriffsziel war, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. In der Region Bachmut ist die ukrainische Streitkraft weiter an den Flanken aktiv. Ein ukrainischer Militär behauptet, man hätte weitere 500 Meter vorrücken können. Details gibt es dazu nicht. Die Rede ist aber wohl von der südlichen Flanke Bachmutz. Ein anderer ukrainischer Militärblogger behauptet, man konnte einige Stellungen einnehmen. Ich denke, das betrifft die Stellungen, die die russische Streitkraft vor fünf Tagen zu Beginn der Woche verloren hat. Also damit einen Teil der grauen Zone. Es wird von der ukrainischen Seite hervorgehoben, dass man sich der Siedlung Klischivka erneut nähern konnte und auch die neuen Stellungen verstärken konnte. Da keine Details vorliegen, kann ich das auf der Karte nicht kenntlich machen. In jedem Fall gelangt die ukrainische Streitkraft auch diese Woche ein Erfolg an der südlichen Flanke. Die Entfernung zu Klischivka beträgt an einigen Stellen etwas weniger als 700 Meter. Dennoch kontrolliert die russische Streitkraft einen großen Teil der Erhöhungen westlich der Siedlung. Soviel zur südlichen Flanke. An der nördlichen Flanke beobachten wir weitere ukrainische Angriffe in der Region Orichow, Vasiljivka und Salisnyanske. Wer sich erinnert, vor zwei Tagen gelang es der ukrainischen Streitkraft, die russische Seite ein Stück in Richtung der E-40 Autobahn zurückzudrücken. Daraufhin musste die russische Seite sich um etwa ein Kilometer zurückziehen und Neustellungen in der Nähe dieses Waldes einnehmen. Zwischen den beiden Seiten liegt aktuell gegeben der geografischen Bedingungen eine graue Zone. Die ukrainische Seite hält sich aktuell weiter südlich und östlich der Siedlung Orichow, Vasiljivka in diesen Waldstrichen fest. Und zeitgleich werden Angriffe etwas nördlicher und zwar zwischen Salisnyanske und der Siedlung Orichow, Vasiljivka durchgeführt. Gerade entlang der E-40 Autobahn kommt es zu ukrainischen Angriffen. Und hier kann die russische Seite aber weiterhin diesen Wald halten und zudem die Waldstriche in den Nähe der E-40 Straße. Auch heute wurden also in diesem Abschnitt keine Veränderungen registriert. Dann gehen wir kurz in Richtung der Stadt Kramatorsk. Die russische Streitkraft beschoss die Stadt in den vergangenen 24 Stunden mit zwei modifizierten S-300 Raketen. Auch hier gibt es keine Details, was das Angriffsziel betrifft und ob dieses tatsächlich erreicht wurde. In der Region Sivirsk bleiben beide Seiten heute weitestgehend zurückhaltend. Das kommt zu wenigen Artillerieduellen, vor allem in den Regionen Spirne und Bilohorivka. Am Abschnitt Bilohorivka wurden zum heutigen Tag keine wesentlichen Veränderungen registriert. Wir wissen, dass die russische Seite allerdings einen weiteren Teil der Stellungen in der Nähe des Sivirski-Donbass-Kanals hat. Aufgrund von Informationsmangel werde ich allerdings nicht auf diesen Abschnitt eingehen. Ich hoffe, ich kann mich morgen im Detail zur Situation in dieser Region äußern. Am Abschnitt ums Wartowek kommt es vereinzelt zu Artillerieduellen. Wesentliche Gefechte wurden nicht registriert. Ich gehe zum Abschluss nochmal auf die Region Kupiansk ein. Wer sich erinnert, es gelangt der russischen Streitkraft hier in den vergangenen 48 Stunden südlich der Siedlung Masjidivka vorzurücken. Nach diesen Erfolgen sehen wir tatsächlich auch, dass die russische Seite den Ostgillfluss vollständig erreicht hat. Zumindest westlich und südwestlich der Siedlung Masjidivka. Was diesen Abschnitt hier betrifft in der Region Kriankivka, so ist dieser aktuell noch in der Grauen Zone. Es kann gut sein, dass die russische Seite inzwischen auch hier den Ostgillfluss erreicht hat. Bestätigen lässt sich das Ganze zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht. Ich werde hier die Situation auf jeden Fall weiter verfolgen und bei Updates darauf hinweisen. Wenn wir die russischen Erfolge summieren, so gelang es den Russen hier in den letzten zwei Tagen etwa ein Kilometer vorzurücken. Vor allem eben im Wald südlich von Masjidivka. Insgesamt hat die ukrainische Seite aber weiter die Kontrolle über die Siedlung Szyndivka und einen großen Teil des Waldes westlich der Siedlung. Weiter geht es an die Grenze der Regionen Kharkiv und Belgorod. Vor allem an den zwei Grenzen Kharkiv und Belgorod beobachten wir weiter intensive Artillerieduelle. Auf dem russischen Territorium leidet vor allem die Stadt Shebekino und die Region Shebekino. Auf der anderen Seite leidet auf dem ukrainischen Territorium die Region Umwowchansk. Auch an anderen Abständen kommt es zu Artillerieduellen, allerdings mit deutlich weniger Intensität. Zum Abschluss noch ein paar Worte zum gestrigen bzw. heutigen Drohnenangriff der russischen Streitkraft. Der ukrainische Generalstab meldet eine Rekordzahl an Kamikaze-Drohnen des Typs Scheichit-136 aus iranischer Produktion. Mit diesen Drohnen hat Russland auch in der vergangenen Nacht die Ukraine angegriffen. Es wird von 54 solcher Drohnen gesprochen. Laut dem ukrainischen Generalstab wurden 52 von 54 Drohnen abgeschossen. Russische Quellen bezweifeln wie immer diese Information überprüfen, können wir das Ganze aber wie immer nicht. In jedem Fall war die Stadt Kyiv, also die Hauptstadt der Ukraine, wieder im Mittelpunkt des Angriffs. Sie wurde mit über 30 solcher Drohnen angegriffen. Die Stadt feiert heute übrigens den Kyiv-Tag, also ein Feiertag in der Stadt. Dort beschädigten zumindest Trümmer von Drohnen und Luftabwehrraketen einige Gebäude. In der Stadt Zhidomir westlich von Kiew wurde eine heftige Explosion mit anschließendem Brand gemeldet. Anscheinend erreichte dort eine Drohne ihr Ziel. Es ist unklar, was das Ziel war. Russische Quellen sprechen davon, dass dort ein großes Munitionsdepot und Lagerhaus der ukrainischen Streitkräfte getroffen wurde. Soviel dann zur Situation in der Ukraine zum 28. Mai 2023. Wenn dir dieser Bericht gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Gerne den Kanal unterstützen. Links dazu gibt es in der Videobeschreibung. Ansonsten auch gerne ein Like und einen Daumen nach oben da lassen. Gerne den Kanal für weitere Updates abonnieren. Und damit hören wir uns wie gewohnt morgen Abend wieder. Bis dahin, einen wunderschönen Abend. Bis dahin, einen wunderschönen Abend.